Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist, äh, was hat man heute? Montag, ne? Es ist Montag, äh, der 29.07. äh, 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 2019 um 10 Uhr eins. Und ich gucke jetzt gerade mal nochmal nach, ob mein Mikro wieder so krass laut gestellt ist. Aber so wie ich es beim Mixer sehe im OBS geht es eigentlich. Wir hatten letzte Woche, ja, am Freitag so ein, äh, Fortnite-Stream. Und beim Clips machen habe ich dann festgestellt, dass das Mikro extrem laut ist, extrem übersteuert. Und ich glaube, der, ja, Kuki hat hier und da auch mal einen Hinweis gegeben, wie laut ich bin. Und ich habe das aber nicht weiter, äh, gedanklich verfolgt. Und jetzt gucke ich gerade mal bei Recording, was das Samsung Mikro sagt vom Level her. 85 Prozent. Wunderbar. Ja, glaube ich, viel, viel angenehmer. Auch wenn ich, äh, mich so aufrege oder freue oder wie auch immer, ist das extrem laut gewesen. Es tut mir nochmal sehr leid. Ich hoffe, das war in den Vlogs nicht so extrem anstrengend. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt auf dem Mars runtergedreht, wo es eigentlich, äh, entspannter sein soll. Ja, es ist Montag, ich bin zu Hause, äh, es ist 10 Uhr 2 und ich habe heute und morgen Überstunden frei. Das heißt, ich habe, äh, mindestens 18, äh, nee, mindestens 16 Stunden, äh, Überstunden oder Plusstunden. Und die bummel ich heute und morgen ab. Ich habe aber sogar 26 Überstunden. Jetzt nach diesen beiden Tagen werden es dann nur noch, äh, 10 Stunden sein. Und für August brauche ich dann auch wieder mindestens 16 Stunden, aber das sollte kein Problem sein. Ja, äh, ich werde heute spielen, genauso morgen, und mich in der Bude vor der Hitze verkriechen. Es ist so warm draußen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also klar, es ist jetzt nicht so Backofen, äh, 38 Grad, aber trotz Regen, den wir heute und morgen bekommen werden, werden die Temperaturen bis Mittwoch bei 30, 32 Grad bleiben. Es wird also ein bisschen so Dschungeltropen, äh, Klima werden. Erst ab Mittwoch wird es dann so ein bisschen runtergehen auf 25 bis 22 Grad. Auf Rügen war es echt angenehm. Ich war ja das Wochenende jetzt von Samstag zu Sonntag dort. Äh, ja, äh, es ist, äh, dort beste Luft. Es ist nicht so warm. Das Wetter schwenkt zwar manchmal relativ schnell um, aber was soll's, ist halt so, ne? See-Wetter kann man das nennen, glaube ich. Ja, war ein schönes Wochenende. Wir haben am Samstag schön gegrillt. Am Sonntag sind wir ganz gemütlich zurück nach Berlin gefahren. Äh, gestern um kurz nach 10 rief der Freund meiner Mutter an und meinte so, ja, die Mama aus dem Krankenhaus, äh, irgendwie, äh, Gallenkulik, also irgendwie richtig Aua im Bauch, äh, ist jetzt über Nacht, glaube ich, auch da geblieben. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Äh, ja. Warum sollte auch mal so ein Wochenende rund laufen? Ich hoffe, ihr geht's heute Morgen einigermaßen gut und die Ärzte können ja jetzt irgendwas sagen, was nicht allzu krass ist. Und dann schätze ich aber mal, dass sie jetzt, äh, die Tage ins Krankenhaus muss für eine OP, denke ich mal. Ich hab mal geguckt, also das mit der Galle ist irgendwie, dass die zum Zersetzen der Fette Stoffe freisetzt, die dann in den Magen gehen und das reicht scheinbar nicht mehr aus. Das ist kaputt und Gallengrieß, Gallensteine gibt's und das könnte, äh, dafür verantwortlich sein. Und da ist die Frage, man kann's medikamentös bearbeiten, behandeln, nicht bearbeiten, oder in vielen Fällen wird die Galle auch einfach komplett entfernt. Und was das dann für die Ernährung zur Folge hat, weiß ich gar nicht, weil die Fettsersetzung gibt es ja dann in der Form nicht mehr, schätze ich mal, oder zumindest nicht in der Form. Ja, äh, naja, wir gucken mal, was die Mama heute sagt. Sie wird mich, denke ich mal, auf dem Laufenden halten. Ich werde jetzt, äh, was zu trinken organisieren und dann, äh, wie gesagt, ein bisschen spielen. Ich hatte eigentlich überlegt, äh, heute mit dem Jermaine ein bisschen Divinity Original Sin 2 zu spielen, aber ich hab ihn das ganze Wochenende irgendwie nicht bekommen. Am Samstag nicht, am Sonntag nicht und heute hat er auch noch nicht reagiert. Äh, der wird mit Familie zu tun haben. Ich glaub, Mama und Papa waren ja auch da. Und ich weiß gar nicht, ob der Bruder auch in Berlin war. Äh, und da ist klar, dass er dann dafür keine Zeit hat. Äh, wir gucken einfach mal. Äh, ich würd's auch ein bisschen abhängig davon machen, wie Benni heute am Start ist oder nicht. Der hat ja, äh, noch Nachtschicht bis Mitte der Woche, glaub ich. Das heißt, wenn er jetzt vielleicht am Vormittag, Nachmittag ein bisschen streamen will, dann streamt er. Und dann häng ich mich da wieder hinten ran. Und falls nicht, häng ich mich nicht ran, sondern stream dann auch irgendwann. Spätestens 18 Uhr geht es heute weiter mit Witcher 1. Wir sind mittlerweile im Kapitel 3 im Händlerviertel angelangt. Und werden uns dann mal dort die ein oder andere Quest anschauen. Und ganz ohne Stress. Denn ich hab ja morgen noch einen freien Tag. Gut, das ist es von mir. Ich mach jetzt gleich wieder den Ventilator an. Wie gesagt, die Luft steht in der Bude, zumindest im Wohnzimmer sind es irgendwie 29,2 Grad. Und das ist echt viel zu warm. Und selbst nachts die Fenster aufmachen hilft nicht so viel, weil da geht es so auf 25 runter und kaum Wind. Und dementsprechend wird es auch nicht wirklich kühl hier in der Bude. Ja, also hoffen wir, dass am Mittwoch die ersehnte Abkühlung kommt. Ich wünsche euch was. Habt einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns später beim Stream oder morgen beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Tschüss.